Radio Pilatus Radio Pilatus Radio Pilatus Radio Pilatus Das ist schon ein sehr spezielles Setting, das gewöhnungsbedürftig war für uns. Einfach sehr anders, aber es war sehr schön, sich in der Probe-Situation auf dem Glatteis zu fühlen. Wir haben uns sehr gefreut und konnten uns den Anbau nicht so vorstellen. Aber ich muss sagen, es hätte nicht schöner sein können. Es ist wirklich eine einmalige Gelegenheit. Es ist eine dreimalige Gelegenheit, die wir nie vergessen werden. Man steht auf einer Bühne und Weiss hinter einem, stehen unglaubliche Chefen und Chefinnen in ihrem Bereich, auf ihrem Instrument. Die sind heute alle hier und machen zusammen mit der Musik. Das ist ein riesen Privileg und macht uns sehr stolz und dankbar. Ich würde das einfach um streichen zu wollen. Wir waren einig, schau, schau, wie wir sie ziehen, die Grenze. Und du stehst am Rennen, ich weiss, du bist nicht von da. Du beliegst auf die gleiche Sonne, eigentlich wärst du uns so nah. Du hättest einfach Freunde gehabt, die Zeit ist jetzt vorbei. Und plötzlich hörst du nicht mehr dazu, dabei bist du doch keiner. Und plötzlich hörst du nicht mehr dazu, dabei bist du nicht mehr dazu, dabei bist du nicht mehr dazu, dabei bist du nicht mehr dazu. Und jetzt hörst du nicht mehr dazu, dabei bist du nicht mehr dazu, dabei bist du nicht mehr dazu. Dieses Jahr war der Stil eher Hip-Hop, Rap und mit dem habe ich sehr wenige Erfahrungen gehabt. Es ist kein Musikgenre, welches oft mit Orchester zusammenarbeitet, weil es sehr sprachbetont ist und eher mit kleineren Bands oder weniger fettem Sound hinter ihnen arbeitet. Ich habe zuerst gedacht, wie kann das funktionieren, decken wir sie nicht zu oder so. Mit den Arrangeursen, das waren fünf verschiedene Arrangeure, die daran gearbeitet haben, brachten wir ganz farbige Sound hin, welche sich aber trotzdem hinter den Sprachtext bewegt, sodass wir den Sprachtext sehr gut verstanden haben. Das war für mich eine tolle Entdeckung, weil ich vorher sehr wenig konnte von Loh und Leduc. Und die haben ganz coole Texte, coole Songs. Und dann gibt's drei Löffel, ein Kuss auf den Stil, direkt nach dem Essen. Ich mache mir einen Aufguss aus dein Gesichtsausdruck, wenn du es um bist beim Abwäsche. Ich kenne immer eins, was sie im Gebet, wenn man sagt, man weiss nicht, wo sie kommen. Ich komme lieber zu dir und weiß noch mal für dich. Früchli ohne Zitronen, für immer und Edi. Für immer und Edi. Ich komme lieber zu dir und weiß noch mal für dich. Früchli ohne Zitronen, für immer und Edi. Obrigier. Radio Pilatus